um hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar alles neues auf KDL in Grat ich bin auslandt wie wir holen jetzt diesen ball zange ab und den alt blu kann es haben schütten ein bisschen nörderei in den guten lümpel im truck kürzen 8 oliver oder war er ist egal wieso dann fahren wir jetzt wieder hoch zum händen wir sind beim händler aussehen kürzburg perfekt so halt da müssen wir gut ich mal am besten glaube ich zwei bei den cloud bis zu schwer am besten gewissen dann vorne kann man denn hier okay werkzeugwinkel nun war es der gesicht so also jetzt sind sie ausländisch ja er ist also stimmen keine ahnung und er freut sich richtig wenn das jetzt gut klappt er mich happy naja ich muss also zu sagen die montante steht stehe ich auch doof gar keine frage ok sau ding perfekt was ein trommel wäre wenn jetzt die rechte seite man so anwählen könnte dass der immer oben bleibt ich hab's gewiss gehabt nicht ach man er schaute man akkomo glaubt ihr jetzt hier so ja ich hab ein guter schon irgendwie mit der gleiche art ganz schön gefordert haben das gefühl so da ist ein bein man bewegt sich doch nicht weg ich muss so schlecht und es ist doch gar nicht mal so die ersten sagen du kannst gesagt wollen arbeiten warum macht er jetzt warum er war da musst du jetzt alles oder weg wollen ich habe keine quader bein oder doch so mal klein wird von uns ausgewählt das gefühl gut es hat nun mal schlepper zu tage durch ja wenn ihr dieses gar nicht oder sie ist ja gar nichts sie stehen ganz zu stehen dann zu stehen 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 ha ha ist von sommer wird so ein bisschen radio das schöne e mail wieder bekommen ich hoffe es passt so als im sound weil ich hab lange nicht alles reingehört angeschaut ich lasse ja eh was raus aber von zweitmutter habe ich ja ob es offen so auf dem borken software mein aufnahmeprogramm als ich also meine stimme und desktop audio und so ist eigentlich gar nicht so schlecht aus weil ich könnte links ein bisschen lauter das game aber wir fahren ja gerade ein e traktor und der ist ja eh leise ich möchte jetzt die höchstelle einen lindner da war oder den bürer dann und das jetzt nicht aus danke dann ist schon relativ laut alles die letzte bein ich ja schalte flott Okay, wenn Amazon D. raus war, dann ist einfach klar. So, das Gerät lassen wir draußen stehen, weil ich die Ballen weiter hier begrüßen will. So, jetzt weiß ich, dass es nicht so viel so geben soll, dann mache ich das so. Komm wieder so an. Kann man das ja nicht irgendwo anstellen, dass er jetzt nicht so kommt? Und äh... Aha. Aha. Oh Gott. Räumchen. So... Ähm... Jetzt meine Preisverantwortung funktioniert das so, wie ich das haben will. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Perfekt. Ich muss sagen, Lindner schafft es auch ganz gut, auch ohne Gewicht. So... Und Räumchen. Das hätte der Dings ja nicht geschafft, jeder... Ich kenne die Marke nicht, sorry. Ich weiß die Marke nicht, außer nicht. Unitrag... 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 Sein... Ich schreibe es gerne in die Kommentare. Wie machen wir das mit dem Stroh? Hahaha. Ah ja, es passt schon. Es wird mir vorhin gesagt, passt, wackelt da Luft. Oder wir kaufen als übliche diese kleine Futtermischweine. Nimm einen kleinen Kredit auf und 50k oder so was. Was weiß ich. Oder auch eine K. Wir haben auch keinen Kredit, oder? Dann wird dann laufen. Nein, aber nicht mehr weg. Könnte man ja sich das überlegen. Kleinen Drescher zum Kaufen, grober Saatmaschine. Und dann ein Feld kaufen oder so weiter, dass wir sie ins Stroh haben. So... So ein Tiger bestmöglich füttern können. Man könnte natürlich auch... Ihn Feld so beim Flug bearbeiten. Also wie ich zum Beispiel... Bearbeiten auch das Problem ist. Das sieht da aus nochmal heißiger aus. So... Klar, das erfüllt seinen Zweck. Das soll auch irgendwie ein bisschen schön aussehen. Ich hoffe natürlich, dass die Ballen jetzt auch so halten, wie ich die jetzt gestapelt habe. Und nicht, dass sie nach dem nächsten Laden kurz und kurz rumfliegen. Das kann man auch schon. Aber das kann ich sagen, dass man nur für Multiplayer. So... Und... Ja... Ich denke, die halten schon. Ich hoffe einmal. Ich probiere halb einmal das ja gar nicht. Oder was ist denn mehr? Na ja gut. Ich will jetzt auch noch gleich was ausprobieren. Können wir noch hier in der Folge. Wie gesagt, die Folgen gehen... Ich hier ein bisschen länger. So... Na ja, wir können ja kurz das an der Folge noch testen. Jetzt hieß, wunderschöne Fascianhänge. Und jetzt sei jedenfalls der Milch Trigger. Ja... Weil hier heißt er jetzt... Gesamtfahrzeuggebühren. Wir filmen... ...wollen wir ja irgendwie vermeiden mit den... ... ... ... Nein, dann sieht man das ganze Schiller aus. Aha. Kannst du also auch so viel kaufen. Da ist jetzt einfach jeder Schiller-Rufer. Ah. Manchmal hier andere LKWs. Irgendwann machen wir das mal. Ich will sehen, ob der dann wirklich hier auch vorbei kommt. Oder dann einfach hier schink. Okay, das schon mal gut zu wissen, dass das funktioniert. Das ist ein Fahrzeug, der alle 4 Wehler lenken. Das ist ein Träumchen. Ja, mein Gott, geht schon mal. Lassen wir es so. Jetzt schauen wir gerade. Was wäre denn so das günstigste? Nein. 107. 290. 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 390. 390. 290. 490.